Hi meine Lieben und Willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ein paar Schleichjes mitgenommen und nein, ich war nicht in Madagaskar. Die habe ich mal geschenkt bekommen und da sind dann meine Pferdys drin. Und ja, ich mache jetzt ja die Fototour. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich draußen bin. So, ich bin jetzt draußen. Ich zeige euch jetzt mal, welche Pferd ich mitgenommen habe. Okay, ein Vogel. Einmal den Silber. Die Maya, die muss ich auf jeden Fall dabei haben. Den Quidditch. Okay. Dann den Thunder. Dann den Storm. Dann auf jeden Fall meine Cookie. Auf jeden Fall muss die auch dabei sein. Dann Sternchen. Pancake. Und ja, ich habe eine Flauschi-Jacke an. Melly. Ja, ich habe sehr viele Pferde dabei. Und Molly. Ich glaube, das waren alle. Ja, das waren alle. So. Ja, ich hole jetzt hier nach und nach Pferde. Und wir fangen an mit Galaxy. Äh, ich meine Silber. Da habe ich ja schon sofort eine schöne Stelle. Äh, Haare. Da habe ich schon sofort eine schöne Stelle gefunden. Und jetzt mache ich hier ein Foto. Ich finde das so ganz schön. So, ich habe mir jetzt ein Foto gemalt. Ich weiß, das ist jetzt nicht die beste Fototour. Tja, ja, ein Ball. Äh, ich glaube, ich tue noch da hinten. Ah, ich tue jetzt mal hier platzieren. So. So, dann hole ich schnell Cookie, Pancake und Molly-Därnchen. Und die Melly. Bis gleich. So. Es tut mir so leid, wenn wir nachher ins Bett fliegen. Aber, ja, es geht einfach nicht anders. Ich finde das so niedlich. Oh. So, dann jetzt Molly. Oh mein Gott, süß. Ähm, Melly. So. Oh, meine kleine Mausi. Oh, meine Cookie. Mein Ein und Alles. Das ist ja mein Lieblingspferd. Wann schleiche ich? Magst du die so Shetland-Ponys oder Shettys? So, jetzt noch Candy, wollte ich schon sagen. Äh, ich muss die irgendwie jetzt platzieren. So. Gut, dann gehe ich jetzt zurück. So. Gehst du zu deiner Mama? Gott, hättest du jetzt eine Macke-Pancake? Da wäre ich so traurig. Oh. Cookie hat Macke. Ein paar. Okay, selten sie mal angeschmacken bei ihr, aber trotzdem. Melly hat mega den Stehfeder. Und Molly gar nicht irgendwie. Ich finde das komisch, aber egal. Jetzt hole ich den Thunder. Wow, Quidditch. Und den Stormy. Äh, Storm. Natürlich, aber. Stormy. Spitzname. Ich platziere den mal in dieser Schüssel. Äh, ja. Oh mein Gott, das ist mega schön. Da hole ich gleich sofort mal, äh, die Cookie. So. Ich hole mal schnell die Cookie. Oh mein Gott. Oh. Ihr seht meinen Schatten. Oh, ist so eine kleine Cookie. So putzig. Ja, ich liebe Cookie einfach. Sie ist mein Baby. Mein ein und alles. Nicht Spaß, aber ich mag sie sehr gerne. Äh, ich suche jetzt mal einen Platz. Fertig. So, jetzt nur noch die zwei. So, also ich habe jetzt mit Maya und Quidditch auch noch Fotos gemacht, beziehungsweise ein Foto. Und, ähm, die Fotos werde ich in dem nächsten Video zeigen. Es wird heute oder morgen kommen. Ich muss noch schauen. Und, ja. Bye. Bye. Bye.